Am 06.05.2024 in 777 wurde die Völkerbund zu einem Verkehrsunfall mit gemeldeter eingeklemmter Person vom Konrad Annoer Damm in die Joseberstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus Alster kommt in Richtung der Autobahnauffahrtruhr und mit einer weiteren Kursergefährtin von der Joseberstraße in die Joseberstraße konzentrierte, die sich letztendlich eingeklemmt, aber in ein Krankenhaus transportiert wurde. Beide Pkw wurden abgeschmackt. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.